Einen schönen guten Morgen aus der Dübener Heide. Heute habe ich mich mal ganz zeitig aufgemacht, um mit meiner Adventure hier mal eine Runde zu drehen. Das sind so mehr oder weniger die ersten Aufnahmen von meinem neuen Baby. Ich muss sagen, ich habe jetzt so gut 700 Kilometer weg und bin begeistert vor allen Dingen von Federung und Durchzug. Also allgemein die Manieren auch im Drehzahlbereich. So bis 3000 erreicht man dann so 120, 130 und da läuft der Motor sehr ruhig und ist er sehr sparsam, muss ich sagen. Erstaunlicherweise. Obwohl er ja 1301 Kubik hat, bin ich jetzt in der Einfahrphase so bei 4,5 bis 4,8 Litern, je nachdem wie man mal anreist. Also das sind so die ersten Erfahrungen mit dieser Maschine. Macht riesig viel Spaß und ich bin heute extra zeitig aufgestanden. Wir haben es jetzt noch nicht mal halb sieben heute Sonntag. Wegen der großen Hitze fahre ich jetzt mal hier so ein kleines Stückchen. So dann schauen wir mal. Ich will jetzt noch eine Runde drehen, bevor die großen Temperaturen hier anstehen. Gestern war es bis 35 Grad. Das war ganz schön heftig. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. So Ständer hoch, Gang raus. Mal schauen hier. Mal ein Blick aufs Display. Aber ich denke mal, das dürfte bekannt sein. So schaut es aus. So weiter geht es. Durch die Bühne Heide. So. 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 Musik 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 Schaut euch mal den schönen See an hier. Musik Mitten drin ein schöner Waldsee. Aber ist das nicht herrlich? Ich habe mir überlegt, ob man hier baden gehen kann. Aber zu viel Kraut! Musik 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 Musik